Servus und herzlich Willkommen zum Spiel heute in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Darmstadt. Ich bin gerade hier in Grünwald, wo nicht nur die Bavaria Filmstudios sind, sondern auch viele unserer Ex-Spieler wie Robben, Boateng, Thiago, Xabi Alonso und viele mehr gewohnt haben. Außerdem ist es auch der Ort, in dem Breno damals, ich glaube 2011, 2012 seine Villa angezündet hat. Das Wetter heute scheint auch richtig, richtig gut zu werden. Wir haben heute sehr viel vor. Als erstes laufen wir ein bisschen durch Grünwald, gehen dann zur Säbener Straße, werden dann den scheinbar besten Döner Münchens testen in Sendling und als viertes noch den neuen Fanshop in der Innenstadt abchecken. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, lasst immer ein Like da, damit es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielen Dank an jeden. Dort vorne ist der Eingang zu den Bavaria Filmstudios. Durch die Sonne sieht man jetzt aber leider nicht so viel. Deswegen let's go durch Grünwald. Allein auf dem Weg hierher, die Häuser sahen schon richtig krank aus. Ich bin gespannt, wie es hier im Grünwald aussieht. Ich fahre hier jetzt ein bisschen durch. Let's go! Selbst der McDonalds hier sieht richtig schön aus. Das waren die Aufnahmen hier aus Grünwald. Hier stehen so verrückt kranke Häuser. Ich habe die größten Häuser einfach weggelassen, weil vielleicht wohnt da der ein oder andere Star. Ich habe einfach nur versucht, so grob einen Überblick über Grünwald zu geben. Die Häuser, die ich hier im Video gezeigt habe, sind auch schon echt krank und davon gibt es nochmal viel, viel, viel krassere. Heute wird jemand ganz bestimmte sein Comeback feiern. Manuel Neuer ist nach 331 Spielen wieder zurück bei uns im Tor. Sein letzter Spieler hat gegen Costa Rica bei der WM gemacht, hat sich danach leider im Skiurlaub verletzt. Heute wird er wieder starten und sein Comeback feiern. An der Stelle auch riesen Respekt für Ulreich, für seine Leistungen, für seine Aussagen nach dem Spiel gegen Mainz bezüglich Manuel Neuer. Danke dir, Ulle. Und im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass wir im Winter damals ihren Sommer geholt haben und nicht in der Rückrunde auf Ulreich gesetzt haben. So Leute, hinter mir auf der Seite ist die Säbener Straße. Ich habe sogar Glück, der Bus steht noch da und wir warten einfach, bis die Jungs hier abfahren. Da drüben, wo alle stehen, kommen die Spieler immer rein, fahren dort in die Tiefgarage und auf der Seite fährt dann der Bus raus. FC Bayern, Sterne Südens, du wirst niemals untergehen. Parken Mars! Da vorne haben wir den Döner. Liebe Grüße an The Franklin. Er hat schon in einigen Videos von sich über den Döner geschwärmt. Hier in München soll es einer der Besten sein. Ich bin gespannt, wir probieren den jetzt. Let's go! Der Döner hier ist ungelogen einer der Besten, die ich je in München gegessen habe. Es schmeckt richtig gut. Normalerweise sind die Döner, die so voll sind, immer sehr, sehr schwer zu essen. Bei dem überhaupt nicht. Man kann es perfekt zusammenklappen, perfekt reinbeißen. Es schmeckt richtig, richtig gut. Kommt gern hierher. Checkt die Jungs ab. Sehr, 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 sehr lecker. Der bekommt von mir einen 9,5 von 10. Bevor es gleich zum Stadion geht, schauen wir uns noch den neuen FC Bayern Fanshop in der Innenstadt an. Dahinten ist der Marienplatz. Und außerdem habe ich heute Morgen im Zug den Gewinner des Matchals aus Istanbul ausgelost. Thomas Stepper, herzlichen Glückwunsch. Schreib mir gerne hier drunter einen Kommentar mit deinem Instagram-Namen, damit ich dich bei Instagram anschreiben kann. Oder schreib mir direkt auf Instagram. Hier hast du meinen Namen nochmal eingeblendet. Das ist ja komplett verkehrt. Die Stadt ist schon voll mit Bayern-Fans hier im Klinsmann-Trikot. Und hier ist ja bisher der kleine Bayern-Store. Und genau auf der anderen Seite wird bald ein neuer, größerer Store eröffnet. Grüße an Robin. Danke für die Info. Und in der Stadt habe ich Nils und Sophie getroffen. Was tippt ihr später? Ich sage 4-0 für die Bayern. Außerdem ganz, ganz liebe Grüße an Andreas, Leon und Justin, euch drei und an Maxi, Lukas und Andreas. Nächste Station, Stadion. Heute also gegen Darmstadt. Die letzten acht Spiele haben wir alle gewonnen. Die letzten von den letzten vier Spielen. Allerdings drei nur knapp mit 1-0. Dennoch glaube ich, dass es heute eine klare Sache wird. In der Tabelle sind wir noch auf Platz 3. Stuttgart-Spiel heute Leverkusen. Morgen zu Hause gegen Freiburg. Ich glaube nicht, dass sie da verlieren werden. Was tippt ihr da? Und in circa einer Stunde geht's los. Let's go. Wir sind heute im Block 324. Unsere Südkurve füllt sich langsam und gleich kommt hier zum ersten Mal nach zehn Monaten wieder Manuel Neuer raus. Die Aufstellung kam gerade raus und ich finde es super, dass hier nur noch ein Platz auf der Bank leer ist. Insgesamt finde ich sowieso, dass es die bestmögliche Aufstellung von uns ist. Musial auf der 10, Sané, Komma auf den Flügel, Harry vorne drin, Doppel 6, Kimmich und Leimann. Aktuell das Bestmögliche. Und ich finde es super, dass wir jetzt endlich die Licht und Kim zusammen ein paar Spiele mehr am Stück sehen. Pack mal es. Ich glaube, wir gewinnen hier heute 4-0. Let's go. Ich sitze heute hier irgendwo. Ist von hier der perfekte Blick aufs ganze Stadion. Oha, der Vogel. Und bei den Darmstädtern noch nicht viel los oben im Block. Wir sehen es da. Manu kommt gleich raus. Wir klatschen auch schon einige. Wie schön. Hier ist der Wälder. Wollkommen bei mir und alles Gute. Manuel. Ja, ja. Der Applaus für Ulreich hat er sich verdient. Ich sehe gerade, Darmstadt ist nicht nur da oben, sondern der Rang hier ist auch blau. Und jetzt kommen unsere Spieler rein. Hier ist unsere Mannschaft. Wir sind die Bayern, der deutsche Rekonleister. Ich habe heute wieder, wie gegen Mainz, so viele Leute getroffen, die alle 4-0 tippen. Danke. Mal schauen, ob es ein 4-0 wird. Jetzt hört man oben die Darmstadter, die ihr Team in die Kabine verabschieden. Die Mannschaftsaufstellung des deutschen Rekordmeisters. Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Der Mannschaftsaufstellung des FC Bayern. Jetzt! Oh Mann! Was für ein Fehler! Kimmich hat tatsächlich eine rote Karte bekommen! Wieso denn? Ich war aber außerhalb vom 16er. Ich würde gerne noch eine Wiederholung sehen, aber ich weiß nicht, war es ein Freistoß? Schreibt gerne in die Kommentare, keine Ahnung. Den hat er, neuer hat ihn, neuer hat ihn. Jaaa! MCB! MCB! Jetzt hat Tuchel auch noch Geld bekommen. Was gedacht? Wir spielen einfach ab der 6. oder 7. Minute, wir spielen zu 10. Ja? Schauen wir mal! Oh, die Darmstadter kommen zum ersten Mal richtig durch. Oh nochmal! 1-0! Ja, Mann! Jetzt haben die Darmstadter Räume! Passt du! Heeeey! Mega Pass, aber der Torwart der Darmstadter ist da! Hüpp, Bavaria, hüpp! Alle, alle! Hüpp, Bavaria, hüpp! 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 Oh, oh! Es war stark, weiter, weiter, die Räume zu bilden. Mega Pass auf der Eriise, es passt durch! Ja, passt! Offensiv, Paul! Guck, wie einfach! Ich weiß nicht, was los ist. Darmstad spielt uns hinten rein? Keine Ahnung. Wirtschaft heute, die Delfin. Die kriegen auch den Ball nicht weg. Ich hoffe, wir verlieren das hier nicht. 0-1. Ja, weiter! Dein Spektrum! Ja! Ich bin mal gespannt. Eigentlich muss es 5 Meter geben. Es wird überprüft. Ach, alles klar. Kaputt! Ihr macht unser Sport kaputt! Ihr! Also, wenn's Vergehen außerhalb ist, muss es Rot geben. Drei Steffi! 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 Das wäre jetzt so der absolute Hammer, wenn Leroy den direkt macht. Dann haben die einen Mann weniger und wir haben trotzdem unser Tor. Oh! 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 Ich hätte es nicht gedacht, aber wir müssen wirklich aufpassen. Und direkt wieder eine Chance! Der liegt ab! Oh! Ganz leicht hört man auf Darmstädter. Geist das Haus für Darmstadt, Geist das Haus für Darmstadt, Geist das Haus für Darmstadt! Geist das Haus für Darmstadt! Geist das Haus für Darmstadt! Es könnte sein, dass es ein Handelsmittel gibt für Darmstadt, aber der Schiri sagt, es war also da auch mal angelegt, also gar nichts, vielleicht weiter geht's. Die benutzen die Chancen von Darmstadt nicht zu tun, aber dass sie einfach mehr Chancen haben als wir. Die müssen uns schweigern, ich weiß nicht, was müssen wir uns losen. Sie spielen wie in Istanbul, aber diesmal ist keine Lautstärke da. Die sind durch mit diesem Pass, das ist seins zu noten. Jaaa, Manni! Schaut gemacht! Ich habe einen Schau gehackt! Wir sind Bayern! Wir sind München! Hütko aber München! Auf geht's, ihr Roten! Auf geht's, Bayern! Jetzt heavy! Das ist doch jetzt aber ein Elfmeter, oder nicht? Wieder ein Kreisstoß! Ist das auch wieder rot wegen Notbremse? Der hat Kontakt, der hat Kontakt, bin gespannt. Es ist rot! Mann, war plötzlich die zweite Note wegen der zweiten Notbremse! Bei uns im Block ist doch gerade kein Support, weil irgendwas passiert sein muss. Die Sanitäter gehen auch in die Südkurve rein. Ja, stark, stark, stark jetzt hin! Vor der Halbzeit 1-0! Boah! Ich glaube, in der zweiten Halbzeit wird uns aber richtig knallen. Auf geht's, Bayern! Jetzt, wir haben eine gute Chance! Jaaaa! 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 So wichtig war der Halbzeit! Wie soll's doch sonst sein? Das Tor war leider abseits! Also, das war klar abseits! Jaaaa! Bayern München! Kurzes Fazit zur ersten Halbzeit. Wir spielen gefühlt wie in Istanbul. Nur diesmal ist der Lärm nicht die Ausrede. Drei rote Karten in der ersten Hälfte. Und Kimmich wird gegen Dortmund fehlen. Das ist mir gerade aufgefallen. Boah, schwierig, weil wir haben auch keinen zweiten Sechster. Goretzka ist auch noch verletzt. Aber ich denke trotzdem, dass wir heute hier gewinnen werden. Da haben wir schon hier zwei rote Karten. Ich glaube auch, dass wir in der zweiten Halbzeit aufdrehen und dass das dann irrt. Aber ein Wort zur Stimmung heute, die ist gar nicht gut. Bei solchen Spielen an alle Leute, die meine Videos schauen. Steht auf, singt mit. Auch wenn ihr der einzige im Block seid. Ich versuche auch so viel wie möglich mit zu singen. Lasst uns auch in solchen Spielen eine gute Stimmung in der Arena haben. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Let's go! Wir spielen jetzt auf unserer Südkurve. Das wird noch. Wir gewinnen ja noch. Jetzt schießt! Schießt! Bayern München, alle! Bayern München, alle! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Bayern München, alle! Oh, oh! Bayern München, alle! Komm schon! Bayern München, alle! Jetzt! Bayern München, alle! Ja! 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 Endlich! Endlich! TOR! Wer war es? Gelb! 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 1! 0! Seht auf, wenn ihr feiert seid! Seht auf, wenn ihr feiert seid! Jetzt wahre Liebe! Oh! Feier Liebe! Menschens wahre Liebe! FCB! Oh, schade, schade, schade! Menschens wahre Liebe! Oh! Und wie schön der spielt! Wie schön der spielt! Es ist 4-0! Ist gar nicht so weit weg! TOR! TOR! Für den FC Bayern wünschen! TOR! 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 2-0, krass! RUTRIALA! RUSTIALA! JAMAL! RUSTIALA! Ja, 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 neuer! Boah, der ist stark! Schieß! Ja! RUTRIALA! 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 Vielleicht war's Hand von uns, aber er lässt erst mal weiterlaufen. Oh, Harry Kane! Alter! Was für ein geisteskrankes Mann! Aber, nein, das ist angelegt! Sie können Harry doch nicht das Tor wegnehmen! Schaut euch das an! Oh mein Gott! Dass wir das verlegen dürften, Freunde, in der 68. Spielminute, was für ein TOR für die FC Bayern München unsere Nummer 3! Harry Kane! Harry Kane! Harry Kane! Harry Kane! Neues Spielstart! 17 Maler! Null! Darmstadt! Null! Und wir hören noch gar nicht auf! Die spielen so, als hätten sie Lust auf nochmal zwei, drei Dünger! Weiter, hören nicht auf! Oha! Ja! Ich stelle den Strom ab, richtig! Das ist das erste Halbzeit! Null zu Null! Das ist ja eine 71. Wir führen hier 6 zu 0! Ja? Wahnsinn! 3-1! Geil! Ja! Schade! Ja! Nur der FCB! Nur der FCB! Nur der FCB! Nur der FCB! Doppelpass! Ja! Jahrhundert! Was für ein Tag! 4 zu 0! Wer hätte gesagt, wird er 45 zu performs! Wenn er 45 zu jemandem gesagt hat, wir gewinnen auf 4-0, dachte ich, wird es schon müde gesagt. Javon! Ruziala! Javon! Ruziala! Javon! Ruziala! Unsere Südkurve hat sich umgedreht, ist das geil! Super Bayern, Super Bayern! Hey! Hey! Super Bayern, Super Bayern! Nein! Hey! Oh nein, 4-1, kommt schon! Nein, Anschluss-Treffer! Jaleo! 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 Ich war leider zu langsam, Tor von Kane. Wäre jetzt 1 Meter geworden, aber es war ein Tor, saustark, ich stehe so stark. Da sieht man so was, saustark von LeRoy. Schaut euch das an, er geht durch alle Duel, passt rüber auf Harry. Und Harry bleibt hängen, aber macht trotzdem noch das Tor. Es macht Spaß, es macht einfach Spaß. 1. Halbzeit 0, 2. Halbzeit 8. Happy Game! Aus! Aaaah, schade Mathis! Nächstes Mal geht da rein! Ale, aleo! Ale, ale, yo! Ale, ale, yo! Spiel zu Ende. Wir gewinnen hier einfach 8-0. Wir fehlen Worte. Niemals untergehen! Super Bayern, Super Bayern, hey! Du schöner Zäbel, wir holen den Landesmeisterkampf und wir werden Deutscher Meister. Meister! Kurzes Fazit zum Spiel, was ist da passiert? Wir gehen mit 0-0 in die Halbzeit, spielen echt schwach und gewinnen dann noch 8-0, wir zu 10 gegen 9, krasses Spiel. Nächstes Video gibt es gegen Dortmund, gegen Saarbrücken bin ich im Stadion, werde aber auch ohne Handy, ohne Filmen, ohne Video einfach einmal mitfeiern, mitsingen, unseren FC Bayern anfeuern und gegen Dortmund gibt es wieder einen Vlog. Wie immer, falls ihr es noch nicht gemacht habt, liked hier nochmal das Video, lasst mir ein kostenloses Abo da, vielen Dank und bis dann! Ciao!